Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Krankenschwester. Shelter Woods, der Macmillan Estate. Oh, Shelter Woods. Shelter Woods, Schutzwald zu deutsch, ist eine sehr gute Map für Killer. Wenige Paletten, wenige Versteckmöglichkeiten, aber mal sehen wie gut ich mich jetzt hier schlagen werde. Hier ist niemand. Wirklich hier hinten. Na, kommt raus. Nein. Nein. Keine Überlebenden. Hier nicht. Aber möglicherweise hier. Nein. Doch, nein. Nein. Ich dachte... Ich dachte, ich hätte das Truhendurchstöbern gehört. Okay, da arbeitet einer bis zum Schluss, Herr Jake. Ach, Mist. Diese Blinks habe ich verkackt. Ah, den nicht. Nein, da habe ich nichts gesehen. Er ist zurückgekommen. In meine Arme. Okay. Mal sehen, wo hier ein Haken in der Nähe ist. Ja gut, hier vielleicht der. Mache ich auch den Generator wieder kaputt. Ah, die haben jetzt auch schon einen gemacht. Hm. Die Palette noch. Okay, ich sehe hier niemanden. Da auch niemanden. Da jemanden. Meg. Ach, Mist. Lauf. Doch, weg. Sack. Mist. Mist. Das war doch in meiner Range. Jetzt aber. Nein, endlich. Okay, den hänge ich schnell auf. Und dann hole ich mir die Mag. Aber sind hier schon wieder Sporen? Na, egal. Den jetzt hierher. Zack. Und jetzt die Mag suchen. Hier. Perfekt. Ach, schon wieder einen Generator gemacht. Ach, und der Jake wurde abgenommen. Okay, aber dafür ist der Jake jetzt ein Deathhook. Das heißt, er war jetzt nicht mehr lange im Spiel, wenn ich in der Büsche. War hier hinten was? Nein. Okay, Generator kaputt machen. Okay, und ich vermute mal, dass die rettende Person jetzt sich hier auch irgendwo rumtreibt. Wenn sie nicht mit Commander Jake geflogen ist. Hat Jake gehalten? Okay. Nee, ja. Hui. Ha. Nein. Hier ist ja noch eine Palette. Hier sind doch die anderen wieder. Ja. Case. Ja. Ich hab sie hinten krachen hören. Das heißt, da hinten ist die Meg. Okay. Hab ich sie! Ja! Alle vier hängen. Alle vier liegen erst mal. Die hänge ich hier hinten hin. So. Das war natürlich jetzt geschenkt. Perfekt. Sie wollten halt alle retten. Hänge ich nach da hinten. Wir müssen jetzt versuchen zu blenden. Klappt noch schwieriger bei der Nurse. Und ich hab kein Shadowborn 3. Vielleicht mit Shadowborn 3? Hätte sie mich erwischt. Shadowborn 3 macht, dass man das Spiel heller sieht. Das hatte ich aber nicht. Noch nicht auf 3. Ich hab's nur auf 1. Okay. Der ist jetzt schon tot. So. Und wenn man den Pirk halt nutzt, dann wird man schneller geblendet. Was ziemlich nervig ist. So, wenn ich Pech habe, haben sie sich abgesprochen und Bill ist an der Hedge. Äh, und Ace ist an der Hedge. Okay, ich hör nichts. Geflüsterst an. So weit. Wo ist der? Hier nicht, da nicht. Äh, ich brauch wirklich Pyrscher. Hier auch nicht. Wo ist unser guter Ace hin? So. Ich teleportiere mich mal nicht, weil ich so besser hören kann. Okay. Diese Richtung. Er ist in der Mitte gekommen. Zumindest laut Geflüster. Hier lang. Wo bist du, Ace? Hier ist die Hedge. Da hab ich hier kein Ace. Ah, Ace weiß auch nicht, dass hier die Hedge ist. Geflüsterst aus. Okay. Wo ist der mutige Ace? Hier lang? Nein. Okay, dann wird Ace wohl ausbluten. Oder? Na, ich finde ihn jetzt nicht mehr. Zumindest nicht bei der Hedge. So, kann man eine Rade kaputt. Noch ein paar Punkte machen. Und jetzt ist unser guter Ace tot. Perfekt. Gespielt. Okay, wieder eine erfolgreiche Runde und dann hören wir uns wieder mal beim nächsten Mal. Tschüss. Kann man er is. Dies. Amen.